also dieses nicht heilen können ist ja richtig räudig das ist nicht was sie dabei gedacht haben kämpfe unfair finde ich auch warte mal ach nee ich habe momentan nichts mehr was stärker ist kann ich nicht ach so ich bin gar nicht so weit weg davon wir gehen zu dem scheiß schmied ja meine waffe noch ein bisschen stärker kann ich dafür einfach hier drüber ja ich habe gerade gegrunst beim lachen ich grüße dich auch ich will nichts kaufen ich bin eigentlich auch nicht da ich kann nichts verbessern außer meine rüstung kann ich hier meine dörche etwas gravieren naja ok sonst kann ich nichts doch mein bogen kann ich gravieren lassen gucken wir mal ein feuerschein dazu das ist doch nicht verkehrt sage verbessern kann ich leider nichts mehr werde ich nicht haben danke fürs anschreien da liegt eine tote ziege na weile na guck mal ok wir konnten hochklettern aber wir können jetzt nicht mehr von hier drinnen runter klettern sehr gut macht Sinn so hallo es hat überhaupt keinen unterschied gemacht was ich gerade gemacht habe nein aber wir probieren es nochmal ich bin bereit für den krieg jawohl wir machen wieder lauftaktik wie gesagt es ist halt reudig dass du auch nirgendwo hochkannst um pfeile zu schießen du musst halt quasi nahkampf dass ich mal sowas sage ne aber dein ernst jetzt jetzt auf einmal habt ihr hier sniper leute da willst du mich verarschen mieser kleiner arsch blöd man blöd wischen ist wollen das ist für das problem weg beim scheiß roten angriffskack da Blöden Kiesel. Weg! Weg! Das sind immer zu viele. Nein, nicht wieder Pfeile, Alter. Oh, Entschuldigung. Die Hälfte meiner eigenen Leute ausge... mehr als Dauer. Ach, was ist das mit... Kastatur so räudig zu spielen? Nein, jetzt habe ich wieder nur ein Pfützchen leben. Ja. Weil dieses dumme Verteidigen... wenn ich Shift drücke... und mich verteidigen möchte... meine Finger sind dafür zu kurz. Das ist halt... wäre mit Controller deutlich einfacher. Ich glaube, wir ballern hier nochmal. Taste umlegen. Nee, weil ich ja jetzt... gewohnt bin, dass es auf der Taste liegt. Wenn ich mich jetzt um... gewöhnen muss... sind wir in... zehn Jahren dann noch nicht fertig. Also wenn das jetzt auch noch dazu kommt. Also wenn das jetzt auch noch dazu kommt. Hui! Leg es doch auf Alt. Leg einfach euch zur Wahl. Sprengen, ducken, schießen. Interagieren. Erst jetzt. Ich habe ihn nicht zu vernichten. Nein... Ich habe ihn nicht zu vernichten. Nee, ich habe ihn nicht zu vernichten. Ist nicht. Ist schon... Ich habe ihn nicht zu vernichten. Das ist eine Super-Taste für gar nichts. Alt ist eine tolle Taste. Ist nicht. Ist schon. Ich bin bereit aufs Dupen. Nein... Ist schon. Ihr habt einfach alle keine Ahnung. Liegst du einfach auf IDF4? Dann leg ich gleich das Spiel drauf. Nein, Momo, wir führen diese Diskussion nicht zum ersten Mal. Lass mich da mal durch. Oh, hallo. Es war wieder die Lauftaktik. Oh, moin. Oh, scheiße, ich bin zu weit weg, die schießen wieder mit Pfeilen nach mir. Das ist auch noch so ein Ding, auf das du achten musst. Du darfst von den Leuten weglaufen, du darfst aber nicht zu weit weglaufen, weil sie dann anfangen mit Pfeilen nach dir zu schießen. Und die, komischerweise, treffen auf einmal. Und sonst sind sie die größten Lappen im Ziel, aber jetzt treffen sie auf... Alter, lass mich da durch. Aber jetzt auf einmal treffen sie. Das ist mein Lieblingsstein übrigens. Moin. Oh, da ist einfach einer uns einfach so umgefallen. Aber müde. Ja. Müde hat sie schlafen gelegt. Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Musst du mal durch. Verzeihung. Ja. Hallo. Oh. Guten Tag. Hallöchen. Oh. Hallo. 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 Was ist er hier? Ah, geht. Oh, scheiße. Ah, du hast nicht mich getroffen. Tagchen. 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 Guten Tag. Ja. Hallo. Hui. Da, die, da, die, da, die, da. Hallo. Hallo. Hallo, Mr. Schild. Na, seid ihr gerade beschäftigt? Sieht so aus. Ja, okay. Ah, guck mal. Ja, da ist er wieder. Da. Na. Na, äh, die, da. Na, äh, Fingertonsumbran. Ja, 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 ja. Oh, die bitch. Oh. Ja, das würde ich gerne machen. Aber lässt du mich ja nicht. Du bist so ein... Oh. Es kommen einfach neue zu Hilfe. Du hast ja gar nicht gesehen, die zwei hab ich gekillt und auf einmal stand der andere Arsch mit seinem blöden Schild da. Beziehungsweise das war nicht der Typ mit seinem komischen Pümpel da oben. Wir müssen gleich nochmal speichern, wenn wir... vor den Dudes stehen, weil dann müssen wir wenigstens nicht mehr hin und her laufen. Echt jetzt. Gut. Wir können auf den Zaun steigen, aber dann nicht drüber steigen, weil er uns zu spitz ist. Sudali. Da. 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 ich vertraue mal schnell speichern nicht diese design entscheidung sein spiel nicht in einer schlacht gehen auf wundersame weise alle auf dem player nicht auf den nächsten gegner muss sagen dass gar ein bisschen nervig bist du bereit die athena zu vernichten was jetzt wobei das heilen am meisten er am wenigsten sind macht ja typ steh halt im weg fuck ja ja war ja 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 Was ist das? Ich bin aber auch nicht sicher, ob die nicht einfach neu spawnen, fuck! Die sind mir richtig lästig! Weil du dich gegen die auch nicht gescheit verteidigen kannst! Alter, ich glaube, ich besitze gar kein Leben mehr. Ja. Ich finde die ohne Stil deutlich schlimmer als die mit, ja, die sind so flink gegen den Stil, kann man was machen, die Nerven nicht so, aber die anderen Nerven einfach nur machen, das müsste immer Schaden. Ja, da ist sich wegducken irgendwie. Keine Option, weil es bei denen nicht geht. Okay, gegen die Leute mit Schild am Anfang kämpfen wir. Gegen die Leute ohne Schild rennen wir weg. Du spielst jetzt auf normal, oder? Du kannst es nicht auf einfacher mehr umstellen. Stimmt eigentlich. Drittes. Ja, genau. Ach so, das lädt jetzt da neu, okay. Gut. Was sind Bomben, wenn man die mal braucht? Ja, mir würde einfach schon so ein, so ein Hochsitz genügen, wo ich hochklettern könnte, um wenigstens mit den Pfeilen irgendwas auszurichten, aber... Sein Leben besitzen wir hier alle nicht. So. Bist du bereit, die Athena zu vernichten? Wofür gibt es eigentlich dieses, äh... Dieses Überspringen, wenn du es dann doch nicht kannst. Weißt du, die Uhrzeit beim Spiel, wir gucken andere beim Spielen zu. Ich bin ein bisschen froh, dass ihr alle kein Leben habt. Aber ich habe auch kein Leben, weil ich sitze hier und spiele für euch. Was ist denn da schon drin? Oh, ist denn so ein Arschloch, weißt? Jetzt habe ich noch so einen Typ getriggert. Oh, du... Alter! Hallo, ich drück Shift! Spiel! Bist du mich jetzt verarschen?! Wir halten nicht mehr lange durch! Ach, halt zum Maul! Das ist mir doch ein Latte, ob du durch bist oder nicht. Ich habe ja ganz andere Probleme. Geh weg! Kann den mal irgendjemand übernehmen? Einen davon? Ja, genau, von zwei Seiten! Weg! Kann man den Hauptmann gleich herausfordern! Nee, weil der noch gar nicht da ist! Wenn ich mich nicht irre! Das ist unserer! Das ist Smart! Jetzt haucht er mich auf einmal einfach auf! Oh! Oh! Ja, das ist zwar so ein Specialtyp, aber... Aber nicht der Hauptmann! Weil der Hauptmann sieht doch mal... Das ist einfach eine Elite-Gegner! Der Hauptmann sieht doch mal anders aus! Toll, jetzt habe ich den auch lukend auf mich gemacht! Das war natürlich voll smart! Hi! Nehmt ihn mir mal... Hallo! So! Start auf, Pfeil nach mir zu schießen! Mann ey! Jetzt hat... Kann ich das nicht auch mittlerweile überspringen? Ich schreit dir die Erde in deinem Blut! Blablablablabla Lass doch dich ausdrücken! So! Komm mal her zu mir! Komm, komm, komm mal her! Ui, 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 ui! Oh, ich sehe dahinten schon wieder zwei! Oh, fuck! Neee! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Geh weg! Ja! Jetzt wird er besiegt! Hilft mir jetzt nur wenig, weil ich bin immer noch halbtot! Uah, fuck! Scheiße, scheiße, scheiße! Es kann sein, dass wir gerade verlieren? Aua! Ja, wir werden wahrscheinlich verlieren, ne? Egal, wie ich jetzt spiele! Wuh, du, 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 du! Ach so, oh, hi, Alice! Na, geil, wenn mich jetzt einer von diesen scheißblöden Kackpfeilen... Lass mich da mal durch! Kackpfeilen trifft, sind wir dead! Ui, ja! Ja! Ja, aber die anderen sterben halt nicht! Hilft mir halt leider wenig, ne? Ja! 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 bist du bereit die athena zu vernichten ich bin bereit für die zuvor absolut bereit für den scheiß absolut bereit ja 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 Das ist nicht so, dass du ihn nicht verletzt hast. Ich konzentriere mich. Ich verstehe nichts Schatz, ich konzentriere mich. Sorry, dass ich gerade nicht rede. Ich hoffe, du könntest das mit mir aufnehmen. Ich verstehe nichts Schatz, ich verstehe nichts Schatz. 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 Der Wolf verlangt den Söldling zu sehen. Ich verstehe nichts Schatz. 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 Ich verstehe nichts Schatz.